Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter Diablo 3 und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like, einen Kommentar und ein Abo dalassen würdet. Vielen Dank, viel Spaß. Viele Nephilim standen schon dort, wo ihr jetzt steht. Doch nur wenige haben die Prüfung bestanden. Ich brauche mehr Zeit. Zurück in die Hölle und... Das geht noch nicht. Ich bin verletzt. Noch nicht bereit. Vulkathos, das geht noch nicht. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Untertitelung des ZDF für den ZDF für den ZDF für den ZDF für den ZDF. Niemand hält mich zurück. Ich bin geheilt. Meine Ebe vernichten euch. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche den Binnen an. Ich greuche den Eben. Ich bauche nicht sein können. Zurück in die Hölle, Hund. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Vulcatus, führt meine Hand! Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin schwer verletzt. Vulcatus, führt meine Hand! Ich bin schwer verletzt. Zurück in die Hölle, Hund. Ich brauche mehr Zeit. Und ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Meine Hebe vernichten euch. Meine Hebe vernichten euch. Niemand hält mich zurück. Das geht noch nicht. Ich bin geid. Noch nicht bereit. Ich bin schwer. Ich bin schwer verletzt. Habt ihr schon Angst? Der Portalwächter ist hier. Ich muss zurückkehren. 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 Gut gemacht, Champion. Übersteht die Herausforderungen hinter den Portalen und ihr werdet reich belohnt. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Wohin sollte ich mich verbessern? Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. 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 Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich bin schwer verletzt. Ich bin wieder gesund. Ich muss... Ich muss mich erholen. Ich wurde getroffen. Die Vorfahren sind mir hold. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Doch die Diener der Hölle werden stärker. Ich bin schwer verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Ich bin schwer verletzt. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Das geht noch nicht. Ich bin schwer verletzt. Vulcatos. Führt meine Hand. Fäben. Ich bin alle mir entseitend. Niemand hält mich zurück. Euch gebührt Ehre. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss zurückkehren. 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 Ihr scheint zu glauben, dass ich ein unbeschwertes Leben führe. Das tut ja auch. Das tut ja auch. Ich brauche mehr Zeit. Dies wird ein guter Kampf. Ich bin geheilt. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. 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 Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Die Diener der Hölle werden schwächer. 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 Schauen wir doch einmal, was passiert. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Das kann ich mir nicht leisten. Zeigt, dass ihr eures Geburtsrechts würdig seid. Ich bin verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Ich schiege für deinen Hinterkampf. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. 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 Oh, das ist gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr ein Like und Kommentar ein Abo da lassen würdet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.